Mein Name ist Hartmut Hänzler, Geschäftsführer der Firma Divus. Wir sind Spezialisten für Gebäude-Touchpanels. Gebäude-Touchpanels in der neuen Generation, heute basieren bereits auf Android-Betriebssystemen. Diese geben Ihnen die Flexibilität, neben den Gebäudefunktionen wie Lichtfunktionen, Temperatursteuerung etc. aus dem KNX-Umfeld bekannt, auch noch ein Home-Audio-Control-System aufzubauen. Mit unterschiedlichen App-Technologien können Sie RTI-Controller oder andere Systeme in das Touchpanel integrieren und somit individuelle Steuerungen im Audio-Bereich gestalten. Neben dem klassischen Infotainment, das heißt E-Mail-Client oder Nachrichten über Staumeldungen, Wetterdienste etc. kann dieses Display auf 7 Zoll, 10 Zoll, 15 Zoll oder 19 Zoll die Dienste in Ihrem Hause vollführen. Mehr Informationen erfahren Sie unter www.divus.eu